Eine wunderbare, spannende Zeit erleben wir gerade alle. Der Frühling kommt wieder. Wärmere Temperaturen. Da freuen wir uns wieder auf Grillieren im Wald, am See flanieren, Gelatte essen. Aber es gibt auch noch etwas anderes Neues. Bei uns, bei meiner Firma, Marcel Juhn Kommunikation, gibt es bald eine neue Brand. Und zusätzliche. Bei dieser neuen Brand sind wir spezialisiert auf Social Media Trainings. Social Media Coachings. Ein wichtiger Punkt, den wir jetzt schon erleben, weil wir das schon seit über einem Jahr machen, für bestehende Kunden. Ein wichtiger Punkt ist, wenn es um Strategien geht, natürlich um Zieldefinierung, Publikumsdefinierung, aber auch Kanaldefinierung. Das heisst, man muss wissen, wer sich wo auf dem Social Media Kanal turnt. Ein Aspekt davon ist schon um das Alter. Also, wenn Sie 18 bis 30 Jahre erreichen wollen, die Jungen, dann unbedingt auf Instagram. Wenn Sie 30 plus erreichen wollen, dann ist Facebook Ihr Kanal. und wenn Sie beispielsweise 35 plus erreichen wollen, und Leute aus der Kommunikations-, und PR- und Journalismusbranche, dann ist Twitter der richtige Kanal. Twitter wird ja primär in der Schweiz, in Zürich stattfinden, in Genf, dann in Bern und dann in Lausanne und in allen Städten nicht unbedingt das, was relevant ist. Das ist nur einer von ganz, ganz vielen Punkten, wo man sich wirklich gut überlegen muss, welcher Kanal passt zu unseren Inhalten, zu unserem Publikum, zu unserer Strategie.